Manchmal, da liege ich nachts so in der Gegend rum, also vorzugsweise in der Gegend meines Bettes und dann plötzlich reißen sich meine Augen wie von selbst auf und ich habe einen Geistesblitz. Genauso erging es mir auch mit diesem Projekt hier. Das hier ist ein Projekt, das ich gemacht habe für das Fault 2 Release von Sizzix und Tim Holz und das hier stellt einen Mini-Bastelraum in einem Vignette-Tray, also in einem Tablett dar und ich habe hier aus den mir zur Verfügung stehenden Die Cuts ein paar kleine Farbkästen gebaut und in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe und auch wie ich leere Flaschen und Dosen von den Ranger-Medien abgegruncht habe, um sie hiermit zu inkludieren. Wenn du also Lust hast, in ungefähr einer Stunde zu sehen, was ich in mehreren Tagen hier fabriziert habe, dann nehme ich dich gerne mit auf diese kleine Reise durch dieses Projekt und zeige dir Großteile meines Prozesses und verrate dir natürlich auch ein paar Tipps und Tricks, wie du dir so etwas selber machen kannst. So hat alles angefangen. Als ich das gesehen habe, siehst du schon an meiner Handbewegung, habe ich mir gedacht, was soll da draus werden, aber fangen wir erstmal an mit irgendwas, was wir können. Wir nehmen uns also ein bisschen, hier so ein Stückchen Mixed-Media-Heavy-Stock und Scorched Timber Distress Ink und machen uns erstmal so einen Hintergrund, weil ich wusste schon, dass diese Farbkästen irgendwie abgegruncht und braun sein sollen. Also habe ich damit erstmal angefangen, weil mir das schon sonnenklar war. Diese ganze Aufteilung für dieses Vignette Tray, also für dieses Tablett, war mir eigentlich auch schon irgendwie so halbwegs klar, aber für mich ist es immer am einfachsten, wenn ich mit mir bekannten Techniken anfangen kann, Techniken, die ich schon ganz oft gemacht habe. Und so habe ich mir jetzt hier ein komplettes Blatt erstmal mit Scorched Timber gestaltet und habe verschiedene Layer von der Distress Ink Scotched Timber und dem Spray Stain und später auch noch dem Oxide Spray übereinander gelayert. Sprich, ich habe mir das hier auf meine Media Surface Matte gegeben, habe ein bisschen Wasser dazu gesprüht und dann habe ich das da so reingedippt und immer wieder zwischendurch getrocknet. Dadurch gibt sich so ein richtig cooler Layer-Look auf dem Papier. Dieser Mixed Media Heavy Stock ist aber auch geeignet, um sehr viel Wasser und sehr flüssige Medien zu verwenden. Das heißt, der verhält sich relativ freundlich, sagen wir mal, auch wenn du das mehrfach nass machst, denn durch diese Tinte und also das Tintenspray wird es ja immer wieder nass. Und wenn du das dann wieder trocknest, bleibt er aber trotzdem relativ glatt, wie du hier siehst. Dann ist das alles nicht gewählt oder so und das ist natürlich sehr gut, wenn man später mit Die Cuts da etwas ausschneiden will. Wenn das Blatt nicht so gewählt ist, dann hat man es ein bisschen leichter. Hier spritze ich jetzt zuletzt noch ein bisschen Oxide Spray, ebenfalls Scorched Timber drauf, sodass ich da noch so eine richtig coole Oxidation kriege. Und ich wollte auch diese hellen Stellen von dem Papier noch ein bisschen mit diesen Pünktchen bespritzen. Der Mixed Media Heavy Stock ist von Anfang an, wie du gerade gesehen hast, schon so ein bisschen so fast Vanillefarben, so irgendwie. So ein bisschen so, also nenn ich weiß halt. Und das finde ich eine ganz coole Kombination mit Scorched Timber. Dann habe ich mir hier dieses Vignette Tray genommen. Das ist von Ideology, gibt es in verschiedenen Größen. Und das habe ich jetzt erstmal komplett von innen mit Scorched Timber Distress Paint bepinselt. Ich habe mir dazwischendurch ein bisschen Wasser draufgesprüht. Dann braucht man nicht ganz so viel Farbe und es deckt trotzdem sehr gut. Das hier ist jetzt Pumice Stone Distress Paint. Damit habe ich den Rand eingepinselt. Ich bin da zweimal um diesen Rand drumherum gegangen, zwischendurch getrocknet, sodass das richtig gut abdeckt. Und hier kommt mal wieder meine Lieblingszauberpaste zum Einsatz. Die Distress Grid Paste Crypt, die zu Halloween rauskommt. Und meine Lieblingspaste. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn das Zeug mal leer ist. Ich hoffe, dass ich das dann noch irgendwo kriege. Aber ich denke, in den meisten Shops sollte das auch nebst Halloween auch zur Verfügung stehen. Also auch wenn nicht Halloween ist. Dann habe ich mir hier den Distress Watercolor Cardstock genommen. Also so ein Aquarellpapier und diesen kleinen Filmstreifen Die Cut, um dann mit den 72 Farben von den Ranger Watercolor Pencils hier auf dieses Papier zu kritzeln, um einen richtig coolen Farbverlauf hinzukriegen für zwei verschiedene Dinge. Was habe ich hier also gemacht? Ich habe den Die Cut genommen und habe geguckt, wie groß sind die einzelnen Elemente, die mir das da später gibt. Also ja, das ist jetzt die komplette Breite von dem Die Cut, sodass ich, wenn ich das ausstanze, zwei verschiedenerlei Dinge kriege. Zum einen eben das eigentliche Teil, diesen eigentlichen Filmstreifen, später eingefärbt in diesen Farben. Und diese Teile, die da in der Mitte sind, also wo die Fotos sozusagen in dem Filmstreifen sind, die kommen ja dann beim Schneiden auch mit raus und die sind dann ebenfalls so eingefärbt. Warum habe ich mir diesen Krampf gegeben und habe meine Stifte alle da in der richtigen Reihenfolge hingelegt? Weil die liegen jetzt, wie du die da siehst, in der Ranger Farbpalette sortiert. Ja, nicht irgendwie durcheinander, sondern sortiert. Und ich trage sie auch genau so in dieser Reihenfolge hier auf. Warum habe ich das gemacht? Weil ich später diese Teile, die rausfallen, verwenden möchte, um sie wie Fliesen in dieses Vignette-Tray reinzukleben. Also für den Hintergrund. Und damit das nicht alles so wild durcheinander komisch aussieht, habe ich gedacht, das macht Sinn, wenn man das in der richtigen Reihenfolge, also in Anführungsstrichen der richtigen Reihenfolge. Was ist die richtige Reihenfolge? Für mich ist die Ranger-Palette die in Anführungsstrichen richtige Reihenfolge, weil das hat ja einen Sinn, wie diese Palette angeordnet ist. Ja, so, verstehst du, wie ich das meine? Und damit dieser Hintergrund später nicht komplett wuselig aussieht, sondern auch so einen regenbogenmäßigen Farbverlauf bildet, deswegen habe ich das so gemacht. Nachdem ich das alles angekritzelt hatte, habe ich da mit meinem Finger ein bisschen Wasser so rübergetupft. Ich habe das bewusst nicht mit einem Pinsel gemacht. In dem Moment habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Du wirst gleich sehen, dass das nicht so eine gute Idee war. Aber wenn du dir den Stress, den ich da gleich noch haben werde, sparen willst, dann machst du es gleich mit dem Pinsel. Ist besser. Pumice Stone Distress Paint kommt hier nochmal zum Einsatz, denn das möchte ich jetzt in die Ecken von diesem Tablett fließen lassen, sozusagen. Also ich habe das direkt aufgetragen aus dieser kleinen Tube, dann recht viel Wasser gespritzt, um das dann zum einen mit dem Pinsel so ein bisschen zu verteilen, dass so ein bisschen intensivere Stellen entstehen. Aber insbesondere, um das in diese Ritzen laufen zu lassen, weil ich wollte, dass dieses Tablett so aussieht, als wenn das schon mit Farbe bespritzt worden wäre und als wenn das schon so ein bisschen angekrustete Farbe oder sowas in der Art oder so ein bisschen Dreck vielleicht auch draufgekommen wäre. Ich habe das jetzt bewusst hier in dieser neutralen Farbe gehalten, weil, wie du später sehen wirst, die anderen Sachen, die da noch drauf kommen, die sind halt sehr farbenfroh. Und hier wollte ich eigentlich eher, also ja, zum einen eben ein bisschen so angetrocknete Farbe oder Dreck imitieren, aber auf der anderen Seite auch Helligkeit in diese Ecken bringen. Weil, wenn man alles innen in diesem Tablett mit einer recht dunklen Farbe anmalt, dann hat man manchmal dieses Gefühl von Tiefe nicht mehr, was dieses Tablett ja nun mal hat. So schaut das Ganze dann aus. Ich finde, das schaut sehr, sehr cool irgendwie aus. Und diese Crypt Paste, die macht natürlich auch, also die tut halt viel so, ne? Guido Maria Kretschmer würde jetzt wahrscheinlich zu irgendeinem Kleidungsstück sagen, das tut viel für dich. So ist das mit der Crypt Paste. Wie komme ich jetzt da drauf? Aber es ist so, das wird der wahrscheinlich sagen. Mit der Crypt Paste ist das für solche Projekte, finde ich auch so. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt auch eine andere Grid Paste dafür natürlich nehmen oder eine normale Strukturpaste würde auch funktionieren. Aber die sind natürlich nicht so körnig. So, hier seht ihr die Originalgeschwindigkeit, in der ich jetzt diese kleinen ausgeschnittenen Scheißerchen da aufklebe. Mir da vorher so ein Muster überlegt für diese fliesenartige Optik. Und hier klebe ich die jetzt fest. Ich habe die Crypt Paste an den Stellen, wo das auf der großen Fläche von dem Tablett ist, recht dünn aufgetragen. Also wenn ihr das nachmachen wollt, dann tragt die Paste nicht zu stark auf, also nicht zu dick auf, da wo ihr diese Fliesen aufkleben wollt. Ansonsten habt ihr Mühe, das festzukleben. Hab euch das hier mal ein bisschen vorgespült, gespult, weil sonst sitzen wir hier zu Halloween immer noch. Weil das hat relativ lange gedauert. Ich habe das nach Augenmaß da drauf geklebt. Im Nachhinein betrachtet nicht so eine ganz fantastische Idee, weil es ist ein bisschen schief geworden. Für mich ist das nicht so schlimm, weil für meine Projekte möchte ich auch immer gerne, dass man sieht, dass das handgemacht ist. Und ich möchte auch, dass man sieht, dass das jemand mit Herzblut gemacht hat, aber nicht unbedingt so voll profimäßig perfekt. Das ist mir immer irgendwie wichtig, weil ich möchte, dass man das einfach sieht, dass sich jemand da Mühe gegeben hat. Und da kann man auch mal ruhig so kleine Fehler sehen. So, hier, apropos Fehler, siehst du jetzt, was ich hier gemacht habe. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Also ganz ehrlich, da habe ich gedacht, ich flippe hier gleich aus. Weil als ich das alles aufgeklebt habe, da konnte ich dann sehen, dass teilweise die Farben einfach nicht intensiv genug waren für das, was ich gleich noch machen werde. So, weil diese Fliesen, die sollen ja einen Hintergrund bilden. Und ich wusste schon, was ich machen möchte, um den Hintergrund wirklich Hintergrund sein zu lassen. Und dafür waren die nicht intensiv genug. Und auch dieser regenbogenmäßige Übergang war mir, trotz, dass ich das in der richtigen Reihenfolge, also richtig in Anführungsstrichen, wie schon eben gesagt, angeordnet hatte, dieser Übergang, der war irgendwie komisch. Deswegen, siehst du, gehe ich jetzt da nochmal mit Wasser auf meine Stifte drauf und pinsel die einzelnen Dinger nochmal an. Ich habe das hier großteils rausgeschnitten, weil ich mache das, habe das für alle diese Fliesen gemacht. Und dann habe ich mir, und das wollte ich schon Ewigkeiten mal machen, das habe ich schon so Ewigkeiten vorgehabt. Da habe ich gedacht, als ich da diesen Geistesblitz nachts hatte, das hier ist das perfekte Projekt, wenn nicht hier, wo dann? Und zwar habe ich mir hier leere Flaschen genommen. Also zum einen, hier sieht man jetzt noch zwei Spraystainflaschen. Später verschwindet eine, jetzt gleich sehen wir, warum. Eine, so eine Glitzerdose, also ne, das ist die gleiche Dose wie auch von den Embossingglaces. Und eine Oxide-Ink-Refiller-Flasche, alles leer. Und das habe ich jetzt erstmal mit, hier, Liquitex-Matt-Medium eingepinselt, zwei Schichten insgesamt. Seht zu, dass ihr das zwischendurch gut trocknet, weil sonst könnt ihr die zweite Schicht nicht so leicht auftragen. Dann rubbelt sich die erste Schicht wieder ab, wenn das noch nicht komplett trocken ist. Habe ich komplett einmal drumherum gepinselt. Das schaut jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber das trocknet ja klar. Und dann sieht man das später nicht mehr. Und außerdem werde ich das gleich noch komplett einpinseln, sodass man das dann gar nicht mehr sieht. Ich wollte aber gerne, dass man diese Flaschen als, ja, abgecyceltes Element dieses Projektes noch sehen kann. Und mein Projekt ist auch so ein bisschen so ein Reminder, also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr stark, ein Reminder dafür, täglich sich mit Kunst zu beschäftigen und täglich kreativ zu sein. Deswegen werde ich auch später Make Art, also Mach Kunst, ja, oder Erschaffe Kunst, da noch hinzufügen. Das ist so ein bisschen der Titel für dieses ganze Projekt eigentlich. Und ich wollte, dass diese Flaschen ganz künstlerisch aussehen auf der einen Seite. Ganz grungy auf der anderen Seite. Und man soll aber noch sehen, dass das diese Flaschen sind. Ja, also ich wollte sie nicht komplett verdecken mit den Medien, sondern so, dass man das noch erkennt, dass das eben von den Ranger-Medien diese Flaschen sind. So, dann habe ich hier, ihr könnt es euch denken, Grid-Paste-Crip draufgeschmiert, um so einen, ja, fast schon versteinerten Look dahin zu kriegen. Und dass das so aussieht, als wenn die Flasche schon ganz alt wäre und da irgendwas schon von dem Medium rausgekommen und angetrocknet ist. Ich weiß, wenn man weiß, dass das eine Spray-Stain-Flasche ist, ist das leicht unrealistisch. Denn selbst wenn Spray-Stain aus der Flasche rauskommen würde, würde das niemals so fett trocknen. Ja, also wenn das da irgendwie fest trocknen würde, würde das so nicht aussehen. Aber man könnte sich vielleicht auch vorstellen, dass man das mit Acrylfarbe an den Händen angefasst hat, aus Versehen. Und dann ist das da dran festgetrocknet. Ja, so als wenn die schon ewig benutzt wäre, gewesen wäre und auch in vielleicht verschiedenen künstlerischen Zusammenhängen schon vorgekommen ist. Das imitiert natürlich nicht unbedingt das Medium, wie es aussehen würde, wenn es wirklich da rauskäme und getrocknet wäre, weil das würde ja niemals so dick sein. Dann habe ich mir hier Scorched Timber Distress Paint genommen und habe hier erstmal vorsichtig angefangen, das anzumalen, weil ich erstmal gucken wollte, wie gut das da drauf hält oder ob ich noch eine weitere Schicht von dem Matt-Medium auftragen muss. Das hat aber gut gehalten. So konnte ich dann alle Flaschen anpinseln. Da habe ich also komplett eingepinselt und während das da so vor sich hin getrocknet ist, habe ich mir hier von diesen eigentlich als Streichholzschachteln gedachten Die-Cuts hier diese Teile ausgeschnitten. Jede dieser Schachteln besteht aus insgesamt drei Teilen. Ich möchte drei von diesen Farbkästen haben, also sprich, ich brauche drei von diesen Streichholzschachtel-Dingern. Da gibt es einmal das Teil, was diese kleine Schublade bildet. Das geht total simpel zu falten und zusammenzukleben. Der Die-Cut falzt dir schon an den Stellen das vor, wo du das dann knicken kannst. Also du musst da nicht irgendwie rummessen oder sowas, sondern das macht es automatisch. Und dann kannst du einfach auf diese kleinen Laschen hier ein bisschen Kleber machen und dann diese kleine Schublade zusammenkleben, indem du einfach das da ordentlich aufeinanderlegst. Also kannst du einfach die Ecke an die Ecke legen sozusagen und dann ist das gerade und dann hast du hier schon mal so eine kleine Schublade. Schaut fantastisch aus, oder? Ich finde die so süß. Diese kleinen Schildchen da, die ich da gerade inke, die sind dafür gedacht, dass man die oben auf diese Schachteln draufkleben kann. Und das mache ich jetzt im Vorhinein schon. Also das, was ich in meiner rechten Hand da jetzt habe, wo ich das draufklebe, das ist dieses Gehäuse sozusagen, also diese Ummantelung von der Schachtel. Ich klebe das da jetzt allerdings schon drauf. Ganz logischer Grund, weil das viel einfacher zum Kleben geht, oder? So, das habe ich für alle drei schon mal gemacht. Und jetzt mache ich hier etwas, das ist auf den ersten Blick total unlogisch. Ich klebe hier ein bisschen Malerkrepp auf die Innenseite dieser Ummantelung, also auf diese Hülle sozusagen. Warum mache ich das? Wenn du diese Schachtel, ganz normal als Schachtel, verwenden willst, dann tu das bitte einfach nicht, sondern bau die ganz normal zusammen. Die ist wunderbar und stabil und alles, ja? Aber ich werde gleich Holzsteinchen in diese Schächtelchen kleben, um diese Konstruktionsbewerkstelligen zu können. Und dafür muss dieses Außenteil dann stabil sein. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das nicht stabil genug ist, wenn ich das da so an diese Wand sozusagen von diesem Tablett klebe. Ich hatte den Eindruck, dass das dann vielleicht irgendwie nicht stabil genug sein könnte. und außerdem mache ich, und das ist wahrscheinlich der größere Grund, ich mache die Farbkästen später offen. Ja, also die werden, also das hast du wahrscheinlich am Anfang des Videos gesehen, das sieht so aus, als wenn die offen wären. Das heißt also, ein großer Teil von diesem Ding, was ich da jetzt in der Hand habe, ist dann hohl. Und deswegen habe ich gedacht, auch wegen Versand und so, ich wiederhole mich, ich sage das in jedem dieser Videos, diese Sachen müssen einfach stabil sein, weil ich muss das zu Tim schicken. Das geht einen sehr weiten Weg dahin, das geht einen sehr weiten Weg dann später zu mir wieder zurück. Und ich möchte natürlich nicht, dass das zerstört wird und dass er da womöglich irgendwas reparieren muss, bevor er das zeigen kann. Ja, so, also da geht es auch um Zerquetschungsproblematik. Wenn du das jetzt machst und du willst dir das zu Hause an die Wand hängen, könntest du das vielleicht auch ohne dieses Malerkrepp machen, denn das Malerkrepp birgt einige kleine Tücken, erzähle ich dir gleich, was diese Tücken sind. Denn durch dieses wird ja die Schachtel, also diese Ummantelung von der Schachtel kleiner. Ja, so. Hier beschäftige ich mich allerdings noch nicht mit dieser Ummantelung, sondern erst mal mit der Frage, wie soll ich denn bitte schön diese Dinger hier eigentlich ansortieren. Am Anfang hatte ich mir das ja schon so grob hingelegt. Da bin ich aber, glaube ich, auch noch von zwei Spraystainflaschen ausgegangen. Hier gehe ich jetzt schon inzwischen nur von einer noch aus, weil mir die andere ein bisschen abgeschmolzen ist beim Föhnen. Ich habe da quasi eine, so ein bisschen, also die liegt da oben links in der Ecke noch, habe ich so ein bisschen verschmolzen, wisst ihr? Die war total schief und dadurch, wenn ich die da hingemacht hätte, wären voll die Lücken entstanden zwischen diesen Flaschen und das hätte ich voll blöd gefunden. Heißt im Klartext, wenn ihr diese Paint, die ihr da drauf gegeben habt oder irgendein anderes Acrylfarben-Dings, eine andere Acrylfarbe, dann trocknet das, wenn ihr einen Föhn habt mit Kaltluftstufe, bitte mit Kaltluft. Und wenn ihr das mit einem heißen Föhn föhnt, bewegt den Föhn genug hin und her, seid nicht ungeduldig und am besten lasst ihr das Luft trocknen. Ja, aber dann passiert euch sowas nicht. So, hier zurück zur Stabilität und Konstruktion dieser kleinen Farbkästen. Zuerst habe ich gedacht, ich möchte, dass in diesen Farbkästen jeweils acht Farben drin sind und dann habe ich mir diese Scrabble-Steine genommen und habe gedacht, ich flippe aus. Also in diesem Moment hätte ich Luftsprünge machen können, weil zwei von diesen kleinen Scrabble-Steinen, die sind übrigens vom Action, also falls jemand diesen Die-Cut hat oder sich anschaffen möchte, diese Scrabble-Steine vom Action, die passen da perfekt rein. Zwei nebeneinander, vollkommen super. So, also passen auch vier, wenn zwei passen und dann war da oben so eine Lücke. Da habe ich mir gedacht, okay, was tue ich denn jetzt? Wenn ich jetzt die nächsten vier einfach versetzt darüber mache, entsteht da unten drunter zwar so ein Hohlraum, das ist aber nicht so schlimm, weil die Klebefläche ist groß genug. Ja, also habe ich mir gedacht, das könnte ich jetzt so machen, dass dann da diese Lücke abgedeckt ist. Und da habe ich gedacht, wenn ich dann aber dieses Papier da nehme und mache das dann da oben drauf, dann ist halt da oben drauf das Papier sozusagen in der Luft, wo die Lücke da drunter ist. Habe ich gedacht, das ist ja nicht so schlimm, weil den Teil kann man ja dann in dieses Ummantelungsgehäuse da stecken. So, habe ich erst mal gedacht, okay, klemmen wir das hier alles mal fest. Das ist perfekt, das ist stabil, alles super. Das sind jetzt also insgesamt vier Steine, also von diesen Holzsteinen, von diesen Scrabble-Steinen pro Lage und zwei Lagen insgesamt und dann versetzt geklebt, sodass das dann richtig stabil ist. Das sorgt auch dafür, dass dieses Ding wirklich so ein richtiges Rechteck natürlich ist, weil ihr könnt das dann natürlich auch an das Holz drücken. Und wenn ihr an die Steine von der Seite auch Kleber macht, dann klebt sich das Papier auch nochmal da fest. Und gerade für so ein Miniaturgebilde finde ich das sehr cool, weil dann hat man das alles ein bisschen besser unter Kontrolle und das wird stabil und man muss auch nicht aufpassen, wenn man das in die Hand nimmt, dass man das irgendwie zerquetscht oder so. Weil, also ich bin ja immer so ein bisschen grobmotorisch, ne, weil bei so kleinen Schachteln oder irgendwie sowas, habe ich immer so die Befürchtung, ne, drück nicht zu doll, weil sonst hast du ja gleich einen Unfall oder sowas. So, hier puzzle ich das so rein. Noch so voll der Überzeugung, ist nicht schlimm, wenn die Buchstaben oben sind, so, ja, weil sieht man ja später nicht. Und dann habe ich mir das da so drum gefummelt und mal geguckt, wie stramm das sitzt. Man muss es ja nicht rein- und rausschieben können, weil es wird später festgeklebt, weil es ja da so drauf ist. Und dann habe ich mir gedacht, da ist jetzt diese kleine Lücke, Mensch, nochmal. Das sieht ja aus wie bei einem echten Farbkasten. Also was basteln wir hier gerade? Einen Farbkasten? Und da sind ja auch immer diese Schlitze, wo die Pinsel drin liegen. Da habe ich mir gedacht, ich bin ja vollkommen blöd, wenn ich jetzt dieses Papier darüber mache und mache acht Farben da rein, dann ist das abgedeckt und dann schauen alle drei von den Dingern gleich aus. Warum machen wir nicht also einen Miniaturpinsel? Ja, Luise hat also zwei von ihren kleinen Pinseln geopfert für dieses Projekt und jetzt habe ich die so zurechtgeschnitten und wieder aneinandergeklebt, dass dieser Pinsel wirklich aus einer, also zwei Pinsel mache ich da insgesamt, dass die wirklich aus echten Pinseln bestehen auch, ja, so. Weil das jetzt von null zu konstruieren, ich hatte gar nicht das richtige Material, um das hinkriegen zu können. Ich habe also den Originalpinsel oben bei dem Metall abgeschnitten, also so wie ich gedacht habe, das könnte proportional gut aussehen, habe von dem Stiel ein Stück abgeschnitten, habe das hinten angespitzt, damit das sich verjüngt nach hinten hin, so wie das bei einem großen Pinsel auch wäre und dann habe ich das mit Heißkleber zusammengeklebt. Ich weiß, das ist eine sehr kleine Klebefläche, dieser Heißkleber ist aber auch sehr, sehr stark, das geht vielleicht nicht unbedingt mit normalem Heißkleber, möglicherweise wäre Sekundenkleber in diesem Fall besser, weil der hält wahrscheinlich besser auf so, also, ne, so kleine Flächen zusammen, hat er aber keinen, ja, so. Zwei Pinsel habe ich insgesamt gemacht, den Prozess des anderen habe ich hier rausgeschnitten, habe ich genauso gemacht, ja, wollt euch ja nicht langweilen. Nachdem ich alles dann innenweiß angepinselt hatte, habe ich hier ein bisschen Distress-Paint-Scorched-Timber so reinlaufen lassen, weil ich wollte, dass das so aussieht, als wenn diese Farbkästen schon wirklich richtig benutzt aussehen. Ich liebe ja so benutzte Farbkästen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Tim hat in seinem Studio auch so benutzte Farbkästen an der Wand hängen. Ich finde das so absolut genial. Also, falls jemand so einen richtig abgeranzten Farbkasten hat, ne, und mir eine Riesenfreude machen will, dürft er mir gerne schicken. Ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Aber ich bin schon immer auf der Suche nach solchen Farbkästen. Habe aber bisher noch nicht so irgendwie das Richtige gefunden, weil das muss irgendwie so richtig abgeranzt sein, dass das so richtig gut aussieht. Aber dieses an die Wand hängen dieser kleinen Kästen ist auch so ein bisschen inspiriert durch das, was er in seinem Zimmer da hat. Jetzt habe ich diese Teile hier abgeschnitten, sodass, also das ist auch der Die-Cut, den ich vorher außen aufgeklebt habe. Also dieses Schild eigentlich, was man außen auf die Schachtel kleben kann, das kann man natürlich auch benutzen, um es innen hinzukleben, denn das passt ja dahin. Also, ne, ist ja genauso groß. Also, das passt ja gut. So, alles, nein, zwei abgeschnitten und eins in der Originalgröße gelassen. Dann habe ich das Ganze hier mit Scotch Timber Oxide Ink geinkt, sodass diese Palette selbst auch benutzt aussieht und ein bisschen dreckig. Denn wenn man Wasserfarbe hat und man benutzt die oft, wisst ihr, dann kommt ja irgendwann mal so ein Braun, weil sich mehrere Farben miteinander mischen und wenn man das nicht sauber macht, dann ist das halt überall und genau das macht ja den Reiz von so einer benutzten Palette eigentlich aus. Auf die kleinen Dinger, sprich auf die zwei Teile, die in die Schachteln kommen, wo die Pinsel auch drin sind, habe ich jetzt sechs solcher kleinen Dinger hier geklebt und auf das vollständige Acht, also das seht ihr jetzt da in der Mitte liegen, wo die Türkistöne da unten liegen, dann habe ich mir hier ausgemalt, welche Farben ich hier benutzen möchte. Das hat ungefähr drei Stunden gedauert, bis ich mich da entscheiden konnte, weil ich wollte auch da so ein bisschen so einen Regenbogen und verschiedene Paletten haben. Ich habe das jetzt bewusst so gemacht, dass zum Beispiel jetzt diese erste hier mit Rot, Orange und ein bisschen Gelb ist, dann die andere mit Türkis und Grün und ein bisschen Blau und die letzte mit Blau und Braun, sodass, also hier seht ihr das, damit das nicht so wild durcheinander ist. Ja, so, weil wenn das später da drauf klebt, dann schaut das vielleicht ein bisschen wild durcheinander aus und das wollte ich vermeiden, sodass da auch nochmal zwischen diesen drei Farbkästen dann wie so eine Art Regenbogen entsteht, den man auch wirklich als solchen erkennen kann. Ich weiß, so würde jetzt vielleicht, ja gut, aber doch, könnte vielleicht sein, wenn man so einen kleinen Farbkasten hat, könnte das doch schon realistisch sein, oder? Wenn man sechs so Farben hat, könnte schon so in Wirklichkeit auch aussehen, oder ich weiß nicht, ich kenne mich mit so Aquarellkästen nicht so gut aus. Wie die verkauft werden, meine ich jetzt, mit was für einer Palette drin. Das habe ich auch nochmal hier mit Wasser verblendet, sodass das natürlich auch ein bisschen benutzt schon aussieht in diesem Schritt und ich wollte, dass manche schon so ein bisschen leer aussehen, deswegen habe ich ein paar so weiße Stellen gelassen, sodass dann mit Wasser drauf, das nicht ganz so intensiv wird und das so aussieht, als würde da schon das Weiße von der Schachtel dann durchkommen. Und dann habe ich mir nochmal die einzelnen Farben hergenommen und mit einem Wassertankpinsel das Pigment da runtergenommen, um dann ein paar so Kleckse zu machen, sodass es aussieht, als hätte jemand so volle Wild mit einem Pinsel in diesem Farbkasten umeinand getan und so sind dann natürlich Farben von einem kleinen Töpfchen da ins nächste gekommen. Also das hat mich wirklich Nerven gekostet, weil ich gedacht habe, wenn dir das jetzt gleich nicht gefällt, dann muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Also ich meine, das hat sehr viel Spaß gemacht, das wäre jetzt nicht so wahnsinnig schlimm gewesen, aber das war schon so ein bisschen nervenaufreibend, weil wenn man nicht so einen echten Farbkasten vor sich liegen hat, ist das gar nicht mal so leicht. Ich hatte schon mal so einen Farbkasten für mein Tim Holz Studio Journal gemacht, also nicht auf diese Art, sondern aber mit Aquarellfarbe gemalt und auch, ja doch, also nicht mit Die Cuts, aber von der Konstruktion her ähnlich wie das hier. und da war das auch ganz eigenartig, ich musste mir da wirklich so Bilder dazu Hilfe nehmen, dass ich mich so ein bisschen orientieren konnte, wie das in Wirklichkeit aussieht, das ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Auch die Tiefe von diesen Töpfchen hinzukriegen und noch ein bisschen mehr so Matsche irgendwie hinzukriegen, das war gar nicht so einfach, deswegen bin ich hier nochmal mit Braun drumrum gegangen, damit das einfach noch ein bisschen abgegrenzter aussieht, sodass man diese einzelnen Töpfchen leichter sehen kann. So, da war ich zufrieden einigermaßen, da habe ich schon ein paar Stunden rumgefummelt gehabt und alles getrocknet, jetzt klebe ich das hier auf. Dieses Teilchen hier ist jetzt das, wo kein Pinsel reinkommt und das, was in der Luft hängt, ja also der Teil vom Papier, der in der Luft hängt, kommt jetzt in diese Schachtel rein. So, und hier erschließt sich jetzt vermutlich schon das Ding, warum man normalerweise kein Masking Tape, also kein Malerkrepp verwenden sollte, um das Innen in diese Umhüllung zu kleben. Nur wenn, also ich kann das nur, das ist jetzt keine Regel oder sonst irgendwas, ja aber ich kann nur empfehlen, wenn du es so festkleben willst, wie ich das jetzt hier tue, dann kannst du ruhig innen was reinkleben, weil dann kannst du das so hinwurschteln, dass das funktioniert, nimm aber einen Tape, was nicht zu dick ist, denn du musst diese Umhantelung da ja noch drum kriegen und das muss noch einigermaßen gut aussehen und diese Lasche, die du jetzt gleich vorne festklebst, die darf nicht zu kurz werden, durch die Dicke dessen, was da innen ist, ja so und wenn du die Schachtel wirklich zum Rausziehen machen willst, dann kann ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, dieses Tape da innen reinzukleben, weil dann wird es sehr, sehr schwierig sein, das raus und rein zu machen, ohne dass das da drin sich irgendwie verkantet oder verhakt. Wenn man das jetzt hier festklebt, ich habe das auch mir mit Klemmen zwischendurch festgemacht, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das parallel wird, denn das, da wo jetzt meine Zeigefinger drauf sind, das ist jetzt zu kurz eigentlich, das sieht man aber später nicht mehr, weil ich das so geklebt habe, dass dieses, das Ende unten ist und das wird man später nicht mehr sehen, ja so, aber man muss das im Kopf haben, weil durch dieses Tape wird das natürlich kleiner, diese Öffnung, ist ja logisch, oder, weil es ja trägt ja auf. Hier habe ich jetzt dann meinen zweiten Pinsel, noch diesem blauen Farbkasten ein bisschen angepasst, ich wollte, dass der wirklich so aussieht, als hätte man damit schon alles mögliche gemalt, deswegen habe ich mir hier Distress Paint in verschiedenen Blautönen genommen, habe das da erstmal so ein bisschen so drauf getupft, um den Eindruck zu erwecken, als wenn dieser Pinsel schon mehrere Male benutzt worden wäre und dann ist die Farbe getrocknet, da habe ich auch gedacht, dieses, dieses, wie sagt man denn, diese Haare da vorne dran, also diese Borsten von dem Pinsel, die schauen auch irgendwie noch nicht so ganz benutzt genug aus und habe ich gedacht, wie kriege ich das jetzt hin und da habe ich das einfach so gemacht, dass ich die in die Farbe eingetunkt habe, gleich mache ich das, hier versuche ich erst noch, die mit dem Finger so zu separieren, dafür war aber der Pinsel zu starr irgendwie oder vielleicht auch zu hochwertig, vielleicht mit einem billigen Pinsel kann man das leichter so spreizen und dann habe ich den einfach so richtig wild auf dem Tisch, also verhältnismäßig wild, wild für die Größe, also ja, wild proportional zur Größe des Pinsels, auf den Tisch so aufgestupft, sodass das dann so ein bisschen vorne auseinander steht, als wenn das schon so richtig strupselig wäre und so habe ich den dann trocknen lassen und ich finde, so schaut das auch ein bisschen mehr aus wie ein Pinsel, weil vorher war mir das da vorher irgendwie so ein bisschen, vorher war mir das vorher, Entschuldigung, vorher war mir das da vorne so ein bisschen zu schmal, also diese Haare da von dem Pinsel, die sind gar nicht so richtig zum Vorschein irgendwie gekommen, ja, so, hier nehmen wir, Entschuldigung, also dieser Pinselteil, der war original einige Stunden lang, was ihr jetzt hier seht, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich nehme euch hier in einer Stunde mit für eine Sache, wo ich mehrere Tage tatsächlich gebraucht habe, das ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen lustig, weil wenn ich das sehe, ich weiß ja noch, wie viel ich dafür Zeit gebraucht habe, oder? Aber ich finde, das hat sich gelohnt, weil das schaut total süß irgendwie aus. So, hier, meine nicht gestorbenen Flaschen, die eine habe ich inzwischen schon aussortiert, die benutze ich mal für irgendwas anderes und jetzt habe ich mir diese Filmstreifen genommen und auch diesen größeren Filmrahmen da, auch aus diesem Dike-Cut-Set und dann habe ich überlegt, wie ich das jetzt machen kann, dass ich da vorne so ein Label drauf machen kann, weil ich wollte, dass auf allen drei von diesen Dosen und Flaschen so ein Label ist, was so aus diesem Filmrahmen sozusagen gemacht ist, aber dass es trotzdem aussieht wie ein Label, sodass man dann denkt, oh, das ist aber hier irgendwie ein bisschen außergewöhnliche Verwendungsweise von diesem Filmding. Ist da so ein Foto rein? Und das kann ja jeder. Aber so ein Label, da ist doch irgendwie mal ein bisschen was anderes, oder? Ja, Luise sei nicht eingebildet. Vielleicht werden das andere Leute auch noch tun. Vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr schon gesehen, dass auch andere Leute das getan haben. Weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil ich weiß ja nicht, was die anderen gemacht haben. Ja, ich kenne die Makes von den anderen Makern nicht, zu diesem Zeitpunkt. Hier habe ich mich jetzt schon mal entschieden, ihr seht für diese Glitzerdose, also rechts das Teil, dieses runde Döschen, da habe ich einfach zwei Elemente von dem Ding genommen und habe diesen Steg rausgeschnitten, sodass das Label ein bisschen breiter wird. Ich finde das proportional ganz gut für diese Dose. Und für die Refillerflasche nehme ich jetzt einfach nur eins von diesen kleinen Dingern, weil das ist vollkommen ausreichend. Also wenn man die nebeneinander stellt, dann sieht man ja auch nicht so viel von der Dose oder von der Flasche, als wie wenn man die einfach so in der Hand hat. Also stellt euch mal, wenn ihr das machen wollt, diese Flaschen nebeneinander und guckt, wie viel sieht man noch davon, weil dann stellt ihr fest, kleinere Sachen sind manchmal vielleicht sogar besser als größere Sachen, weil das kann man dann besser erkennen, was das ist. Diese Teile embosse ich jetzt mit goldenem Embossingpulver, sodass die dann später irgendwie edel und abgeranzt gleichzeitig aussehen. Ich wollte, dass diese Flaschen richtig braun, dunkel und dreckig und so aussehen, aber gleichzeitig sowas Edles haben. Ja, weil ich weiß auch nicht, irgendwie, ja, ich bin halt so ein Ranger-Fan, wisst ihr? Ich konnte jetzt nicht nur Dreck machen, weil diese leeren Flaschen sind trotzdem noch sowas wert. Ja, also ich habe voll die Kollektion, voll die Sammlung von leeren Flaschen und Dosen und so weiter und ich schmeiße das auch nicht weg, ja, weil für irgendwas kann man das immer gebrauchen, zum Beispiel für sowas. Da muss natürlich jetzt noch irgendwas rein in diese Label und da habe ich gedacht, wie kriege ich denn das jetzt bitte zustande? Jetzt habe ich mir also erstmal für den großen Rahmen das Teil genommen, was da sowieso rausfällt, wenn man das ausstands, weil das passt ja perfekt da rein. Genau das Gleiche für den einzelnen kleinen Rahmen, da fällt ja auch so ein kleines Teil raus, kann man wieder reintun. Für den, das Label für die Dose, die kleine Dose, musste ich mir extra so ein Papier zurechtschneiden, weil ich hatte ja den Steg rausgeschnitten, dementsprechend passt da nichts mehr rein, was da rausgefallen ist vorher, versteht ihr? Da gibt es nichts, was man da reinpuzzeln kann, von den Die-Cut-Überbleibseln sozusagen. Aber kein Problem, schneid es einfach die richtige Größe und dann passt das da rein. Jetzt habe ich das erstmal geinkt, das war auch Scotch Timber und jetzt nehme ich mir hier aber nochmal die Distress Oxide Ink Freight Burlap und nehme die mit recht viel Wasser vermischt, weil ich wollte dieses Schild noch ein bisschen bräunlicher haben, aber nicht zu intensiv, denn ich werde jetzt darauf stempeln. Ich habe mir hier recht alte Tim-Holz-Stempel rausgesucht, das sind auch Silikonstempel, wie man sieht. Die sind von diesen, kennt ihr diese Sets, wo immer eine Schablone und ein paar Silikonstempel zusammen sind. Die gibt es ja in so einem Kombipaket in manchen Shops. Ich weiß gar nicht, ob es die bei uns überhaupt irgendwo gibt. Hat Schobes die vielleicht? Ich weiß es nicht, aber ich habe die mal gebraucht, gekauft auf Ebay-Kleinanzeigen vor recht langer Zeit und das kam mir jetzt gerade gut in den Sinn, weil auf diesen, in den, nicht in den Sinn, passte mir ganz gut in den Kram, weil auf diesen kleinen Stempeln, da sind so Sprüche drauf und ich habe mir jetzt da Portionen von den Sprüchen ausgesucht, die für diese Flaschen Sinn machen. Sodass ich dann das so bestempeln konnte, dass das genau auf diese Schilder gepasst hat. Hier seht ihr den ersten Versuch. Ich werde dieses Schild gleich nochmal neu machen. Da hatte mir das schon ganz gut gefallen. Kleiner, zweiter Happy Dance. Aber ich stempele jetzt hier noch andere Portionen von anderen Stempeln und ihr seht hier schon, dass das Gestempelte hier viel dunkler und intensiver ist als auf dem ersten. Da ist mein Monk wieder durchgekommen und ich habe mir gedacht, das ist jetzt aber irgendwie nicht wahr, weil guck mal, wie das aussieht. Schaut ja ein bisschen shitty aus, oder? Also das linke, das fiel zu hell und deswegen habe ich das nochmal gemacht, habe den Teil rausgeschnitten, habe das ganze Label nochmal gemacht und den ganzen Ink-Prozess und so weiter, habe ich das nochmal gestempelt und dann war Luise glücklich. Deswegen haben wir das jetzt hier auch schon gleich aufgeklebt. Übrigens alles, was ich hier klebe, klebe ich mit Buchbindeleim beziehungsweise dem Liquitex Matt-Medium. Also wenn ihr die Flasche da stehen seht oder ich irgendwas aus der Flasche auftrage, ist das Buchbindeleim und ansonsten seht ihr mich das mit einem Pinsel auftragen, dann ist es das Matt-Medium von Liquitex. Alternativ dazu könnte man natürlich auch Collage-Medium nehmen, auch für diesen Klebevorgang. Hier könnte man Collage-Medium nehmen, das würde auch natürlich sehr gut halten. Ja, so. Das wollte ich auch noch ein bisschen hier so abranzen und ein bisschen so aussehen lassen, als wäre das halt auch schon benutzt, dieses Label. Deswegen habe ich da mit meinem Fingernagel-Tool so ein bisschen einig gedrückt und dann diese weiße Kante ein bisschen geinkt, sodass das dann da auch ein bisschen dunkler noch aussieht, fast schon wie so ein kleiner Schatten. Und dann habe ich das da reingeklebt. Ich habe einfach auf einer Seite angefangen und dann das so reingedrückt. Und das Gute ist, das passt ja genau da rein, also kann man sich auch nicht vertun. Das kann auch nicht irgendwie schief werden. Hier war das schon ein bisschen schwieriger, aber trotzdem ganz gut funktioniert, weil das war ja das, wo ich mir das zurechtgeschnitten habe. Und von dem Refiller war das wieder ganz einfach, weil dieses Schildchen genau da reinpasst. Das ist ja wie so ein Puzzle. So, stellen wir das hier rein und freuen uns erstmal, weil das schaut ja schon mal ziemlich fantastisch aus. Aber mir war das noch zu Ton in Ton und dieser Dreck da drauf, der war mir noch nicht sichtbar genug. Deswegen nehme ich hier eine Crayon. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Pumace Stone. Ja, das macht Sinn, dass das Pumace Stone ist, weil vorher hatte ich ja die Paint Pumace Stone auch schon verwendet. Ich kann es jetzt gerade da oben nicht lesen, aber wenn ich das so sehe, müsste das Pumace Stone sein. Entschuldigung, mein Bildschirm hier von meinem, wenn ich dieses Voice-Over hier mache, der ist recht klein und da kann ich manchmal das nicht lesen. Also das, was ihr in groß seht, das sehe ich hier in recht klein und da kann ich das manchmal nicht lesen. Entschuldigung, aber ich glaube, das ist Pumace Stone. Jetzt nehme ich mir hier so ein Bürstchen und verschmiere beziehungsweise verblende die Crayon so ein bisschen. Ich wollte, dass das so ein kleines bisschen aussieht wie Staub. Das habe ich auf allen dieser drei Dosen und Flaschen gemacht und dann habe ich mir die Paint in Tanish Bras genommen, in diesen Goldton und habe da auch noch mal so ein bisschen sowas drauf gemacht, dass das auch noch mal so aussieht, als wenn da irgendwas rangespritzt und rausgekommen wäre. Also das könnte man sich fast ein bisschen so vorstellen, als wenn alle Medien in diesen drei Dosen und Flaschen golden wären. Also das ist da so ein bisschen ausgedrungen. Man kann sich auch denken, das ist was Edles und deswegen ist da so ein Gold dran. Interpretiert das bitte, wie ihr möchtet. Ich wollte das auch so ein bisschen, wisst ihr, ich habe ja vorher schon gesagt, ich möchte, dass das abgecycled aussieht, ich möchte, dass das grungy aussieht, ich möchte, dass das Dreck hat. Gleichzeitig wollte ich aber auch, dass die Fantasie dann so ein bisschen irgendwas entdecken kann. Sodass derjenige, der sich das anguckt, da auch so ein bisschen selber was reininterpretieren kann. Denn, wie man so schön sagt, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und was du da drin siehst, kann was ganz anderes sein, als dein Nachbar da sieht oder was ich beabsichtigt habe. Und ich finde, genau das ist das Interessante an solchen Projekten. Und das ist ja auch so ein bisschen gedacht, als, also wenn ich jetzt dieses Projekt mache und ich hänge mir das in mein eigenes Bastelzimmer und ich hänge mir das irgendwo hin, wo ich das jeden Tag sehen kann, dann erinnert mich das daran, dass ich jeden Tag kreativ sein kann, wenn ich das möchte und dass ich jeden Tag ein Stückchen Kunst machen kann, wenn ich das möchte. Egal wie groß oder wie klein das ist, egal ob ich das jemandem zeige oder nicht. Aber das ist wie so eine Erinnerung daran, wie so ein Reminder. Und da finde ich es wichtig, dass ganz viel auch im Auge des Betrachters liegen darf. Ja, und wenn ich dann so ein Projekt gestalte und teile das mit euch, indem ich dieses Video mache oder Fotos auf Instagram oder auf meinem Blog oder so poste, dann ist ja das meine Absicht, dass du dir das angucken kannst und deine eigene Interpretation da reinlegen kannst. Wenn das kein Teil meiner Absicht wäre, würde ich sagen, habe ich irgendwie so ein bisschen das Ziel verfehlt. Warum setze ich mich jetzt hier hin und zeige dir das? Wenn ich euch sowas zeige, dann habe ich schon so die Beabsichtigung auch, dass ihr das auch natürlich nachmachen könnt und ich versuche das so genau wie möglich zu erklären und in meinem Video zu zeigen. Aber ich möchte auch, dass noch so viel offen bleibt, dass ihr selber eigene Variationen da finden könnt und das auf eure Art und Weise nachmachen könnt. Das heißt nicht, dass ich hier sitze und heule, wenn das jemand genauso eins zu eins nachgemacht hat, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte Interpretationsspielraum lassen und euch Spielraum lassen vor allen Dingen. Ich finde das sehr, sehr wichtig und trotzdem muss es aber meiner Meinung nach, also für mich, ja, für meinen Anspruch so sein, dass man es eins zu eins nachmachen könnte. Versteht ihr, was ich meine? Dass alle Möglichkeiten da offen bleiben. So. Das gesagt, bauen wir uns hier einen Bilderrahmen, der stabil sein muss, in meinem Fall, weil der später frei stehen wird. Ich nehme mir also drei Lagen Aquarellpapier von diesem ausgestansten Bilderrahmen, also der kommt auch aus dem neuen Release und klebe erst mal diese drei weißen Lagen aufeinander, um Stabilität hinzubekommen. Dann habe ich mir dieses Ideology-Foto da genommen und habe das auch schon ausgestanzt, wie du siehst, und zwar so und das passt hervorragend auf die Fotos, also dieser kleine Rahmen, der passt hervorragend da drauf, da könnt ihr jetzt dann das Foto ausstanzen und habe gleichzeitig einen Rahmen, den ihr dann wieder um das Foto drum herum setzen könnt. Wenn man das jetzt einfach so machen würde, würde das ja ein bisschen dämlich aussehen, das wäre ein bisschen langweilig, denkt man so, was ist das denn, wieso ist da jetzt hier der Rahmen in der Farbe und Dings hier von dem Foto, von dem, das Muster von dem Foto, also das, das Motiv von dem Foto, meine ich, das wäre ein bisschen komisch, deswegen mache ich hier zwei kleine Tricks. Drei. Erstens, jetzt kleben wir erstmal dieses Teil, was von dem Foto sozusagen ursprünglich stammt, ja, also ihr seht das hoffentlich, was das ist, oder? Das kleben wir da jetzt erstmal oben drauf. Trick Nummer eins, wir schmiegeln das ein bisschen ab, ich nehme hier die Ranger Sanding Disc, weil das ein sehr feines Schmiegelpapier ist, mit dem das gut funktioniert auf diesen Ideology Fotos, ihr könnt auch ein anderes Schmiegelpapier nehmen, achtet aber bitte darauf, dass das fein ist, sonst rubbelt ihr euch die ganze Oberfläche ab. Also das Motiv rubbelt ihr dann ab. Dann habe ich mir Embossing-Tinte genommen und habe das dann mit Scorched Timber Distress Glaze embossed. Vorher habe ich noch ein bisschen da an den Rändern mit meinem Finger das so wieder abgemacht, weil ich wollte, dass die Ränder recht hell und abgenutzt aussehen, schon deshalb, schon allein deshalb, weil ich es vorher geschmiergelt habe, ansonsten hätte das keinen Sinn ergeben, das so zu machen, weil sonst hätte ich es nicht schmiergeln brauchen, weil sonst deckt die Embossing Glaze mir einfach zu viel ab. Jetzt nehme ich mir das Foto, mache da ein bisschen klares Dresso drauf, sodass ich dann gleich mit einem Watercolor Pencil da drauf malen kann. So schaut das jetzt jedenfalls erstmal aus und übrigens, ach so, das fällt auch noch interessant für euch zu wissen, ich habe den Rahmen quasi umgedreht, ja, also ich habe den Die-Cut von diesem Rahmen auf das Foto gelegt, ausgestanzt, dann habe ich ja den Rahmen und das Foto und dann habe ich aber den Rahmen umgedreht, sodass der obere Teil des Fotos unten ist und der untere Teil des Fotos oben, so wurde es dann unten dunkel und oben hell. Ich weiß nicht, ob man das im Video hier so gut sieht, aber bloß im Auge sieht man das, weil die Frau hat ja sowas Helles an und wenn ich das jetzt mit dem Rahmen so mache, dann ist das Helle an dem Rahmen später oben und der dunkle Hintergrund hinter der Frau ist bei dem Rahmen später unten, also da links seht ihr das jetzt, oder? Das ist jetzt unten dunkel und oben hell, sodass das dann gar nicht mal so aussieht, als hätte man das von dem Foto ausgestanzt. Das schnallt man erstmal gar nicht, dass das von dem Foto ist, wenn man das nicht weiß und das ist auch so eine gewisse Art von Upcycling, weil, ne, diese zwei Teile, warum soll ich die nicht gleichzeitig verwenden, wenn mit der eine Die-Cut mir beide von diesen Teilen gibt, dann kann ich die auch irgendwie gleichzeitig benutzen oder in Kombination oder natürlich auch für verschiedene Sachen, ist ja klar. So, hier mit Watercolor Pencil ein bisschen Ruff gemalt, weil ich wollte mal, also, ne, hab ich gedacht, man kann ja so eine Paper Doll auch mal ein bisschen anders anmalen, als man das normalerweise so sieht. Das hier hab ich jetzt noch nie gesehen, ich hab das so ein bisschen als mein neues nebst Junk Journaling existierendes Hobby rausgefunden. ich hab jetzt schon einige Paper Dolls in dieser Art und Weise angemalt, bisschen so, ja, als wenn die so Kleckse irgendwo hätten und mir gefällt das total gut und ich hab das auch noch nirgendwo vorher gesehen, also, ja, ich möchte das so ein bisschen so zu meinem eigenen Stil hinzufügen, sozusagen, mal gucken, ob das gelingen wird oder ob ich irgendwann durchdrehe, weil es ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, dass man das so hinkriegt, dass das dann wirklich wie so ein Klecks aussieht, aber mit ein bisschen Übung geht alles. So, jetzt müssen wir irgendwie das Foto in diesen Rahmen kriegen, das Problem ist aber, dass der Rahmen ja genauso groß ist wie das Foto, deswegen klebe ich ja mir erstmal da hinten so ein Stück Aquarellpapier drauf, dass ich da wie so eine Rückwand von dem Rahmen hab und dann kann ich das Foto da reinkleben, weil ansonsten wird das Foto da drin nicht halten, wie soll das gehen, ja, irgendwo muss ich es da draufkleben und dann hab ich das da so reingedrückt, ich hab das dann auch noch ein bisschen mit einer Pinzette in den Ecken runtergedrückt, sodass das dann richtig gut da drin sitzt, entschuldige bitte, dass ihr das hier nur halb seht, ich hab nicht gemerkt, dass meine Kamera so nah ran gesoomt hat, weil ich vorher ja da das Anmalen von der Paper Doll gefilmt hatte und das war vorher zu weit weg, da hab ich ran gesoomt und hier merke ich nicht, dass das eigentlich hier halb abgeschnitten ist, ich hoffe, ihr könnt hier trotzdem folgen. Dann hab ich mir dieses Fotorad genommen und hab das erstmal mit Wasser besprüht und dann mit dem Spraystain und dem Oxidespray Scotched Timber darauf gesprüht, eigentlich ein bisschen so Hälfte, Hälfte und dann geföhnt, mit Wasser besprüht, in den Rest von dem Spray da eingetunkt, sodass das ein bisschen Variation kriegt, aber nicht zu wild wird, aber ich wollte, dass man den Oxide-Effekt da trotzdem drauf sieht, aber nicht überall. Ja, so. Ein ganz guter Trick ist, zu föhnen und Wasser oder mehr Tinte zu spritzen oder einzudeppen gleichzeitig. Den Trick hab ich von Tim gelernt, wenn der irgendwas trocknet, dann spritzt der gleichzeitig Wasser und trocknet weiter, also der hat den Föhn die ganze Zeit an und spritzt dann da drauf. Versucht das mal, als ich das das erste Mal gemacht hab, nachdem ich das gesehen habe, hab ich gedacht, mir fliegt die Hirse weg, weil das war einfach total faszinierend, weil es wird viel, viel geiler, als wenn man das so macht, spritzen, trocknen, spritzen, trocknen und den Föhn zwischendurch ausmacht. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, ich kann euch nur sagen, dass es so ist. Diesen Fotokreis da, den möchte ich jetzt auch in so einen Farbkreis verwandeln und dafür hab ich jetzt auch wieder mit den Watercolor Pencils mir hier ein paar Farben, die halt so nebeneinander so eine Palette bilden, dahin gekritzelt, sodass das dann direkt unter diesen Löchern da ist und dann hab ich das ein bisschen größer gemacht, um sicher zu sein, dass das wirklich alles gut abdeckt und ich hab die Farben auch so ein kleines bisschen ineinander verlaufen lassen, wie ihr jetzt hier zum Beispiel bei dem Gelb und dem Rot seht, hab ich das, ja, das hab ich extra gemacht, damit es auch so ein bisschen den Farbkästen da angepasst ist und, ja, einfach so ein bisschen benutzt auch aussieht, so. Zur Verstärkung hab ich dann nochmal einen von diesen Kreisen einfach in Weiß dahinter geklebt, weil ich war mir da schon ziemlich sicher, dass ich das mit ein bisschen Abstand zu der Wand aufkleben will und dafür muss das stabil sein. Jetzt hab ich gedacht, was ist hier mit meinem Hintergrund los? Da hatten wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen, ich wollte, dass der wirklich hintergrundig aussieht. Was ist der Gedanke dahinter? Diese Fliesen, die sind jetzt sehr farbintensiv, deswegen hatte ich die auch vorher nochmal übermalt, wie ich euch da am Anfang schon erzählt hatte, wo ich diese Farben nochmal intensiviert habe. Zwischendurch hab ich mir immer diese Farbpalette da drauf gelegt und geguckt, wie ist der Kontrast? Also, kommt die Farbpalette wirklich hervor? In diesem Fall noch nicht, kann sie auch nicht, weil ich hab ja noch gar hier angefangen mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Nachdem ich da diese Crayon drauf geschmiert hatte, um die Ecken so ein bisschen gräulich zu machen, nehm ich mir jetzt hier Tanish Brass Distress Paint mit bisschen Wasser vermischt, spritzt das da drauf und jetzt nehm ich mir Pumace Stone und spritzt das ebenfalls da drauf, wobei ich aber hier in dem Pumace Stone mit der, wie sag ich das, sehr viel Wasser mit der Pumace Stone Paint vermischt habe. Entschuldigung. Weil, ich wollte, dass das so ein bisschen durchscheinend wird, ich mach die Spritzer auch wesentlich größer als die mit dem Gold sind, weil, das Gold dient dazu, den Zusammenhang zu den Flaschen und der Dose hinzukriegen und dieses Grau dient dazu, die Fliesen zu einem Hintergrund werden zu lassen. Weil, wenn ich diese anderen Elemente später da drauf mache und ich hatte mir die zwischendurch auch schon mal wieder hingelegt und mir das angeguckt, das hab ich hier rausgeschnitten, das habt ihr jetzt hier nicht gesehen, aber ihr könnt euch das sicher vorstellen, eben habt ihr das ja auch gesehen, als der Farbkasten da drauf gelegen ist, wenn das alles die gleiche Intensität hat, dann wird das einfach nur wuselig, das hat überhaupt gar keine Tiefe und wenn ihr das jetzt abdämpft mit zum Beispiel einem Grau oder man könnte das auch mit einer anderen Farbe machen, könnte das auch mit einem Braun, mit ganz viel Wasser vermischt zum Beispiel machen, dann seht ihr hier, dass das sehr in den Hintergrund tritt und wenn ich jetzt diesen Farbkasten drauf lege, dann sieht man, der hat richtig Kontrast und der wird später, wenn ich den aufgeklebt habe, richtig hervorstehen. Das Ganze hab ich jetzt gut durchtrocknen lassen und während das trocknet, kümmere ich mich hier nochmal um dieses Farbrad, das war mir nämlich noch nicht dimensional genug, da habe ich jetzt noch ein paar so Schattierungen hinzugefügt mit der Distress Ink Scorched Timber und einem trockenen Pinsel. Das funktioniert relativ gut, man könnte auch ein Wattestäbchen oder irgendwas nehmen, muss halt klein genug sein, dass man in diese kleinen Ritzen da reinkommt, denn ich bin jetzt nicht nur in diesem Kreis da umeinander gegangen mit der Ink, sondern auch zwischen diesen einzelnen Farbelementen, also quasi um diese Kästchen drumherum, die aus dem braunen ausgestanzt sind, sodass das, ja, einfach noch mehr nach einer Palette aussieht. Ich finde, das sieht man in der Kamera gar nicht so wahnsinnig gut, aber in echt ist das dimensionaler. Dann habe ich mir da so einen kleinen Uhrenzeiger genommen, der ist auch von Ideology und diesen Pointy Finger, Finger, Pointy Finger, Hä? Zeige Finger? Der stammt auch aus dem neuen Release und der stammt auch aus dem Set, wo auch die Streichholzschachteln raus sind, ja, so. Also dieses runde Dingsbums da, das ist aus einem anderen Set. Falls ihr da jetzt irgendwie verwirrt seid, dass ich auch keinen Namen oder irgendwas gesagt habe von den einzelnen Sets, schaut bitte einfach auf meinem Blog. Ich habe euch da detaillierte Fotos gemacht von diesem Projekt und auch beschrieben, welches Set für welchen Teil verwendet wurde. Wobei ich auch denke, das ist hier recht einleuchtend, weil ich habe hier nur, ja, also keine, oder? Ich habe, glaube ich, keine Teile irgendwie zweckentfremdet. Also alles kann man auf den ersten Blick recht gut erkennen, was aus welchem Set stammt, wenn man die Verpackungen von den Sets sieht. Das Problem ist, ich kann euch die Verpackungen in einem solchen Video nicht zeigen, weil ich die nicht habe. Weil wir bekommen ja Prototypen, das heißt, alles ist in so einer Plastiktüte, zwar schon mit dieser Plastiktasche, die ihr von den C6 Style Cuts kennt, in diesem kleinen Plastikumschlag, aber diese Originalzettel sind da nicht drin. Wir kriegen da sowas, was wir uns ausdrucken können und ja, wisst ihr, ich will hier nicht mit so einem Zettel im Video sitzen, so, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt ein bisschen blöd. Also das ist normal, aber für euch halt ein bisschen blöd und deswegen gibt es meinen Blog, da könnt ihr das alles nachlesen und ich glaube, das ist auch viel einfacher und übersichtlicher und nicht so nervtötend, wenn man sich das in Ruhe angucken kann, was da verwendet wurde und gleich den Link hat, so dass man sich dann da auch noch genauer informieren kann, falls man sich dieses Set oder diese Sets zulegen möchte, wisst ihr, dann könnt ihr da gleich den Link finden, ihr kommt dann zu Simon Says Stamp, gönnt, wenn ihr möchtet, euch das direkt da bestellen oder wenn ihr woanders bestellen wollt, könnt ihr das selbstverständlich auch tun, zwingt euch ja keiner bei Simon zu bestellen, aber ist ein zuverlässiger und guter Shop und hat immer, wenn so ein Release rauskommt, alles vorrätig, also das ist jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, Luise, zu 99,9 Prozent, kann natürlich immer mal sein, dass irgendwas gleich ausverkauft ist, aber die haben im Regelfall sehr, sehr viele Sachen von Tim Holz, von den normalen Sachen und immer gleich auch zum Release dann die neuen Sachen, falls ihr da interessiert seid, euch das zuzulegen, gleich wenn es rausgekommen ist. Soll ich jetzt sagen, ach so, der Link zu meinem Blog ist unten in der Infobox und natürlich der direkte Link zu dem Blogartikel. Um den Abstand zur Wand, also zwischen diesem Farbrad und der Wand hinzukriegen, habe ich da unten auch nochmal eine Lage von den Scrabble-Steinen dahinter geklebt, dann hat das so ein bisschen mehr Dimension und wirft so einen kleinen natürlichen Schatten, finde ich ganz cool. Das Foto habe ich da aufgestellt, das ist nur links an der Seite festgeklebt und unten hat das diesen kleinen Ständer bekommen, diesen Ständer habe ich selber gemacht aus einer alten Klammer, die habe ich mal in einem Happy Mail geschenkt bekommen, ich war froh und dankbar, dass ich die da gefunden habe, liebe Person, die mir das geschickt hat, falls du deine Klammer wiedererkennst, bitte sei nicht wütend, dass ich die da so ein bisschen zweckentfremdet habe, weil das hat mir da so ein bisschen so das Leben gerettet, beziehungsweise eher dieses Projekt, weil ich wusste nicht, wie ich das aufkleben sollte, dieses Foto, das steht hier so schräg und deswegen hat das keine Fläche gehabt, wo ich das kleben konnte. Unten hat das ja diesen Hubbel, seht ihr wie das oben auch den Hubbel hat und nur an diesem Hubbel das festkleben, das wäre nicht gegangen, das hätte niemals gehalten, ich bin mal durchgedreht, ich dachte erst, ich mache mir da so einen Winkel dahinter und plötzlich fiel mir diese Klemme in die Hände und ich habe mir nur gedacht, Gott sei Dank habe ich diese Klemme, das funktioniert einfach cool und das schaut, finde ich, total schön aus mit diesem Halbkreis da unten dran, der durch die Form der Klemme gekommen ist. Hier habe ich jetzt auf diese eine Farbpalette mit Hilfe der Buchstaben aus dem Release Make Art hingeschrieben und das schattiere ich jetzt hier gerade, also die Buchstaben sind auch mit goldener Farbe angemalt und da schattiere ich jetzt hier so ein bisschen, dass das eben auch so ein bisschen besser rauskommt. Ich finde, das ist ein ganz cooler Trick eigentlich, habe ich früher gar nicht mal so drüber nachgedacht, aber jetzt bei diesen beiden Makes for Sizzix habe ich das mal so gemacht und ich finde das eigentlich ziemlich cool, das macht es noch mal so ein bisschen irgendwie, das hat so ein bisschen was Besonderes und gibt einem Spruch, wenn man den aufklebt, irgendwie mehr Gewicht, so habe ich das Gefühl, aber ist natürlich Geschmackssache. Die Kiste von außen habe ich jetzt auch hier noch ein bisschen verschönert, weil das kann ja natürlich nicht so bleiben, das schaut ja ein bisschen merkwürdig aus und ich wollte da jetzt diese Filmstreifen aufkleben, die ich ganz am Anfang gemacht habe, wo ich, also ganz am Anfang, was ich da gemacht habe, daraus habe ich ja dann die Fliesen gemacht und die Filmstreifen, die sind ja trotzdem auch noch da und die sind ja auch eingefärbt und auch schon in diesen Regenbogenfarben eingefärbt, weil ich die Stifte in der Ranger-Farbpaletten Reihenfolge benutzt habe. Jetzt wollte ich, dass das oben und unten schwarz ist und in der Mitte gold. Hier kommt jetzt gleich ein Schnitt und dann ist es schon gold da, weil irgendwie ist mir Videomaterial verloren gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich vergessen, die Kamera wieder einzuschalten oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, dass da in der Mitte, wo ich jetzt drauf stemple, ist jetzt nicht mehr das Holz, also wenn man nicht genau hinguckt, dann könnte man das vielleicht meinen, sondern das ist auch mit goldener Farbe angemalt, sodass dann diese kleinen Fenster von den Filmstreifen später gold sind mit diesem Gestempelten drauf. Das Gestempelte habe ich nur ganz, ganz leicht gemacht, also das ist Archival Ink Black Suit, die habe ich nicht so stark aufgetragen, also nicht so viel auf den Stempel und ich habe nur sehr leicht aufgedrückt, sodass das dann nicht, wer weiß, wie extrem aussieht, weil ich wollte, dass das nur so ganz leicht, so einen ganz leichten, dezenten Akzent gibt. Was war das für ein Satz? Halleluja. Ich bin heute irgendwie schon ein bisschen durch, habe schon ein paar Videos und ein paar Voice-Overs gemacht, bitte verzeiht mir. Ja, so hier kleben wir das jetzt hier mit Collage, nicht Collage Medium, äh, Luise, Matt Medium auf, das Liquitex Matt Medium, aber Collage Medium würde natürlich auch gehen. Das hier sind jetzt diese Teile, wo wir anfangen, ja, also, wo ich die Fliesen draus gekriegt habe und eben das hier und das klebe ich jetzt da außen so drum rum, weil ich finde, das schaut ganz cool aus, wenn man das Tablett irgendwo vielleicht so liegen hat, anstatt, dass man es an die Wand hängt, weil das könnte man ja auch liegend irgendwo haben, dann schaut das von außen auch nochmal schön aus und dieser Rand schaut dann auch nochmal ein bisschen interessant aus und vor allen Dingen wollte ich, dass der auch nochmal diese Farben einfach kriegt, oder? Dass das so ein bisschen farbenfroh aussieht. So, das hier ist keine merkwürdige Schlange oder eine Kartonkrokette oder sonst irgendwas. Erinnert ihr euch noch an die Kartonkrokette? Das erinnert mich sehr stark an die Kartonkrokette. Ja, jedenfalls werden das hier ein paar grüne Rosen. Ja, Rosen sind in meiner Welt manchmal auch grün. Diese Rosen stammen auch aus dem neuen Release. Die kann man auch so ausstanzen, da hat man erstmal diese Spirale. Also ich habe vorher das Papier eingefärbt mit Crushed Olive und Peeled Paint Spray Stain. Das ist sehr schwierig, das hintereinander zu sagen. Ich sage das fünfmal hintereinander und du kennst deinen Namen nicht mehr. Getrocknet natürlich, dann ausgestanzt und jetzt baue ich die hier zusammen. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass ich die mit einer Pinzette aufgerollt habe und dann in so einen Tropfen Heißkleber reingedrückt. Dann sind die innerhalb von Sekunden fertig und festgeklebt. also zusammengeklebt. Ich habe die vorher geinkt und habe den schmäleren Teil, was ja dann später innen ist, also dieser Kern von der Rose, das habe ich ein bisschen dunkler gemacht, damit das ein bisschen dimensionaler aussieht. Und jetzt kleben wir hier insgesamt vier Stück auf. Warum wir da so viele gemacht haben? Weil das Spaß macht. Und weil wir vorher nicht wussten, wie viele mir denn wirklich gebrauchen werden. und das war halt einfach cool. Ich habe noch nie solche Rosen zusammengebaut, weil ich habe von den alten existierenden Rosen keine Die-Cuts. Also mir sind die vorher auch noch nie irgendwie so in den Sinn gekommen, dass ich mir die mal kaufen könnte. Ich finde die total schön, aber ich habe keine, deswegen habe ich das hier zum ersten Mal gemacht. Finde ich total cool. Die anderen benutze ich dann für was anderes einfach und tue die in meinen Vorrat. So, dann haben wir uns hier noch diese Winz-Schmetterlinge ausgestanzt. Sechs an der Zahl. Damit die da aus diesen Farbkästen so rausfliegen können, die drei Schmetterlinge unten haben natürlich die gleichen Farben oder Teile, weil es sind ja nur drei und da sind aber mehr Farben, von dieser Farbpalette und die drei, die oben hinkommen, haben auch drei Farben aus dem oberen Farbkasten. Ja, dass das gut zusammenpasst und dass das so aussieht, als würden die ja so rausfliegen. Flatter, flatter. Versteht ihr? Weil, ne, wenn man so malt, also mit so Farbe, so malt und Farbe ist für mich jetzt nicht unbedingt nur so eine Farbpalette wie diese, die jetzt hier dargestellt ist, sondern Farbe kann auch Spray sein oder Tinte oder Stempelkissenfarbe, so, ja, das Farbe. Tinte ist keine Farbe. Eine Tinte hat eine Farbe, aber Tinte ist keine Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Dann kommen, also werden Projekte so lebendig, wenn man das macht. Das hier ist ein sehr farbenfrohes, für meine Verhältnisse, sehr farbenfrohes Projekt. Und das ist aber so, wenn man das macht, dann flattern auch so ein paar Schmetterlinge so durch einen durch. Wisst ihr? So durch den Kopf und durch den Rest vom Körper. Und man wird fröhlich, wenn man das macht und so viele coole Farben sieht. Und deswegen sind diese Schmetterlinge da drauf. Und deswegen sind die natürlich auch in den Farben von dieser Farbpalette, weil die kommen da ja so raus. Vielleicht kann man sich auch so vorstellen, also wisst ihr, ist eurer Interpretation überlassen, dass die da vielleicht so durch die Farbe so durchgeflogen sind und die sich dann so eingefärbt haben. Versteht ihr? Da unten wollte ich noch etwas liegend haben, neben diesen Dosen, die da links stehen. Deswegen habe ich da einen weiteren Pinsel geopfert. Der hat so einen coolen Griff gehabt. Den habe ich unten, das ist ein sehr ergonomischer Pinsel, aber egal. Man tut ja sehr viel für Tim. Nicht alles, aber vieles. Den habe ich da unten aufgeklebt, nachdem ich den ein bisschen glatt geschmiergelt hatte, dass ich den überhaupt kleben konnte. Ein bisschen Grid Paste Crypt drauf, sodass der auch eben zu dem Rest passt und so ein bisschen angeschmiert aussieht. Und hier spritze ich noch ein paar schwarze Spritzer auf meine Schmetterlinge mit angehaltenem Atem, weil ich mir gedacht habe, huiuiui, hoffentlich geht das nicht schief. Aber ihr seht schon, hat geklappt. Habe mir das da ausgestanzt, weil ich nicht unbedingt auf den Hintergrund spritzen wollte, sondern die Spritzer nur auf dieser Farbpalette haben wollte. Warum habe ich die Schmetterlinge nicht schon vorher aufgeklebt? Fragt mich bitte nicht. Das ist halt der Prozess. Ihr Lieben, das hier ist demnach mein fertiges Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, euch auch sowas zu machen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein kleines Feedback geben würdet, ob ihr sowas auch mal ausprobieren wollt. Oder vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal gemacht. Kann ja auch sein. Und ich hoffe natürlich sehr, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel kreative Energie. Habt einen lustigen und fröhlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski.